Hallo, hallo Sie, wollen Sie einen Hauernbogen gewinnen? Mit einem Beuhoden und Steineschwelle. Dazu einen Trauten, lecker. Aktionswochen bei Kentucky Schreitficken. Hallo und herzlich willkommen bei Kentucky Schreitficken, dem Restaurant, in dem man gerne mal, sag mal, was hast du denn da? Das ist meine süße Kuse, Schmatze. Tu die weg. Aber wieso denn? Die hat doch so schönes Fickestell. Fickestell, Fickestell, du weißt doch genau, dass ich hatzenkasse. Jetzt schmeiß die Mildkatze in den Wichser, sonst werde ich Bechtigmöse, aber Bechtigmöse. Und heute Abend will ich Kisches Fratzenkleich. So, jetzt aber zu unserem Spätzlras. Sie können einen Hauernbogen gewinnen, ja, mit Stühlehall und Begelaterie, ja, Sie oder Sie, oder vielleicht sogar Sie. Na, dürfte ich Sie mal hier an die Beke titeln? Aber gern. Wollen Sie von einem hähnenden Kran aus dem Schmett gebissen werden? Natürlich, ich liebe das Labern auf dem Lände. Dann beantworten Sie bitte fragende Folge. Was steckt im Stall und hat einen Kotenropf? 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 Na, 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 na. Ich hab's. Ein knickender Fecht. Ein knickender Fecht ist richtig. Aber mit wem kratzt kommt dieser Knallstecht? Mit einer killigen Wu. Wie? Das ist ja Doso-Mie. Aber richtig. Glückwunsch. Sie haben gewonnen. Sie kennen sich aber gut aus in der Schandwirtlaft. Ach nein, ich hab nur ein Geschwür für spähere Fragen. Er hat ein Geschwür für spähere Fragen. Na, das hat er ja gefickt eingeschädelt. Aktionswochen bei Kentettenschrei Ficken.